Kurz vor dem Saisonstart im Moviepark Germany in Bottrop-Kirchhellen, gucken wir mal genau drauf, was der Freizeitpark alles an Neuheiten für die Besucher in diesem Jahr bietet. Deswegen, Intro ab und dann geht's los. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei der Funtime Arena. In der nächsten Woche ist es endlich soweit, denn der Moviepark Germany startet in die Saison 2024, genau gesagt am kommenden Freitag, also Freitag nächste Woche. Und dann ist es natürlich klar, dass so kurz vor Saisonstart wir nochmal genau auf den Freizeitpark gucken und uns anschauen, welche Neuheiten der Moviepark in diesem Jahr für die Gäste bereithält. Da ist einiges passiert in der Winterpause und wir können uns auf jeden Fall auf einiges freuen in diesem Jahr. Und auch, das kann ich schon mal kurz vorweg nehmen, gibt es einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2025 und eine neue Attraktion. In diesem Jahr, kann ich auch vorweg nehmen, kleiner Spoiler, wird es keine große Neuheit in Attraktionsform geben, aber das muss es auch nicht. Jedes Jahr eine große neue Attraktion, ich glaube das gibt es in keinem Park weltweit und trotzdem bleibt der Moviepark natürlich nicht stehen und macht in der Winterpause nichts. Trotzdem ist einiges passiert im Winter und darüber möchte ich mit euch sprechen. Das heißt, alles was es Neues gibt in diesem Jahr, was ihr bestaunen könnt im Moviepark, welche Events es gibt, all das folgt in diesem Video. Fangen wir an und zwar erstmal mit einem Restaurant. Es gab bisher immer das Pizza und Pasta Restaurant. Dem hat man sich so ein bisschen angenommen und hat es ein bisschen umgewandelt, denn ab diesem Jahr nennt sich dieses Pizza, Pasta Restaurant Trattoria Hollywood. Hollywood passt dann halt auch wieder zur Ausrichtung vom Moviepark, die man ja Jahr für Jahr immer weiter heran führt und weiter durch den Park ziehen lässt. Hollywood ist überall Thema im Moviepark und so möchte man halt ja diese USPs praktisch dann halt auch komplett im ganzen Park weiter verteilen. Und ja, da in diesem neu gestalteten Restaurant gibt es ein amerikanisch-italienisches Ambiente und auch die Ausrichtung von diesem Restaurant hat sich grundlegend geändert. Denn in diesem Jahr gibt es erstmals dann halt ein All-You-Can-Eat-Konzept. Das ist, glaube ich, erstmal so in deutschen Freizeitparks erstmal gar nicht so oft zu sehen. Im Ausland, wenn man zum Beispiel in England ist und da durch die einzelnen Freizeitparks tigert, da gibt es fast in jedem Freizeitpark ein Pizza, Pasta, All-You-Can-Eat-Buffet-Restaurant. Was ich sehr, sehr gut finde, weil irgendwann hat man mega, mega Hunger, auch ich zum Beispiel, gerade wenn ich da halt auf Durchreise bin und vielleicht auch nicht gefrühstückt habe, sondern so auf Tour bin, dann ist es halt vielleicht auch mal schon gut, wenn man halt nicht nur eine Currywurst isst, sondern halt auch nochmal ein bisschen mehr essen kann und das zu einem Festpreis. Und das gibt es jetzt auch in diesem Jahr erstmalig im Moviepark, finde ich wirklich eine sehr gute Lösung oder dass man das halt auch anbietet, weil man kennt es, wenn man halt als Freizeitpark-Fan unterwegs ist, wirklich schon aus anderen Ländern, ist mir halt komplett unverständlich, warum es das in Deutschland in der Form nicht in so vielen Freizeitparks halt gibt, weil da kann man, glaube ich, wirklich dann gut schlemmen in der Mittagszeit. In diesem Restaurant wird es Pizza, Pasta, Salate und Snacks geben, außerdem gibt es Getränke aus Zapfanlagen, die man sich da halt zapfen kann und der Indoor-Bereich von diesem neuen Trattoria Hollywood-Restaurant bietet ungefähr Platz für 250 Personen, außerdem gibt es halt auch noch eine Außenterrasse, wo man bei schönem Wetter dann halt auch noch sitzen kann. Das Ganze soll schon eröffnen zum Saisonstart, da aber erst noch im Soft-Opening. Also wenn da noch nicht alles richtig läuft, seht es dem Park halt nach. Das ist ein neues Konzept, das muss ich auch erstmal einspielen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass man da halt auch, ja, vielleicht ein bisschen mehr essen kann als über den normalen Hunger hinaus. Wie gesagt, hatte ich ja gerade schon erwähnt, ich finde All-You-Can-Eat-Konzepte im Freizeitpark halt eigentlich sehr, sehr klasse. Dann gibt es einen neuen 4D- oder beziehungsweise 3D-Film mit 4D-Effekten im Roxy 4D-Kino und zwar mit Partner SimX iWorks bringt der Moviepark den Film Tom und Jerry 4D-Experience auf die Leinwand und ja, so hat man halt nochmal ein altes Gefühl mit alten Kollegen aus einer älteren vergangenen Zeit im Moviepark. Und ja, Tom und Jerry sind dann halt praktisch zurück mit sehr vielen Spezialeffekten. Wenig Sprache kommt in diesem Film zum Einsatz, das heißt Tom und Jerry, man kennt's, das ewige Katz-und-Maus-Spiel ist da halt Thema und ja, diese Slapstick-Sachen, die sprechen halt für sich. Und dann das noch untermalt mit Effekten, sehr, sehr cool. Auch in diesem Jahr wieder einen neuen 4D-Film. Finde ich auch ganz, ganz toll vom Moviepark, dass man da halt immer wieder auf neue Filme halt setzt und da halt immer, ja, immer noch einen Grund findet, dann halt nochmal ins Roxy 4D-Kino dann halt reinzugehen. Dann wird es im Sommer halt auch wieder ein Comeback geben von Christian Fahler. Ihr erinnert euch, Christian Fahler jetzt schon wieder seit einigen Jahren fester Bestandteil im Moviepark, ein Zauberer und er kommt zurück mit der Show Sherlock Holmes A Game of Mystery. Und in der Version 2024 kann man so sagen, ist es die nächste Season. Wenn man jetzt wieder in der Hollywood-Sprechart ist, wird es eine neue überarbeitete Storyline. von der Show halt geben und einige neue Tricks werden da halt auch aufgeführt werden. Und Christian Fahler ist ja nicht nur in der Sommersaison dann praktisch zu Gast gewesen in der letzten Zeit, sondern auch im Winter konnte man Christian Fahler da bestaunen. Kommen wir aber gleich nochmal zu, was der Moviepark da im Winter halt alles so bietet. Aber erstmal vom 1. Juli, so ist angedacht, bis zum 25. August könnt ihr Christian Fahler mit seiner Show im Moviepark dann wieder in diesem Jahr erleben. Zudem hat man sich dann halt auch mal den Eingangsbereich bzw. den Kassenbereich am Eingang dann halt zu Herzen genommen und vorgenommen und hat da ja den Eingang etwas umgebaut. Da sind einige Kassenhäuser jetzt verschwunden, sodass es halt mehr Freiflächen gibt. Der Grund dafür ist halt einfach, dass sich das Kaufverhalten der Gäste geändert hat, wahrscheinlich durch die Corona-Zeit dann oft begünstigt, ist es halt so, dass momentan bis zu 90% aller Tagesgäste ihre Karten schon online reservieren oder auch kaufen. Und so braucht man halt so viele Kassenhäuser zukünftig nicht mehr. Das hat natürlich auch einen sehr guten Vorteil, denn durch das Wegfallen dieser Kassenhäuser wird dann halt auch der Torbogen am Eingang vom Moviepark deutlich sichtbarer und halt natürlich auch die Moviepark Skyline. Gerade halt auch der Eingangsbereich mit der Star Trek Achterbahn kommt dann halt viel besser zur Geltung. Hinter dem Highfall wird es dann auch noch einen neuen Shop geben, ein weiterer Candy Shop, wo ihr euch mit Süßigkeiten eindecken könnt. Und halt praktisch jetzt auch ein neuer Candy Shop im Wild West-Bereich. Also wenn euch zum Beispiel das ganze Essen im All-You-Can-Eat-Restaurant nicht reicht, dann könnt ihr euch da auch sehr gerne noch mit weiteren Süßigkeiten eindecken. Das ehemalige Nickland, was jetzt neuerdings ja Nickelodeonland sich nennt, da gibt es auch einige Neuheiten. Und zwar gibt es dort oder gab es ja dort den Autoscooter Back at the Bunyard Bumpers. Dieser Autoscooter für die Kinder muss leider weichen. Aber aus gutem Grund, denn dort soll eine neue Bühne entstehen. Und das passiert nach Gästeumfragen, beziehungsweise auch nach Gästenachfragen, nach weiteren Meet & Greets mit den ganzen Charactern wie Spongebob und Co. Und ja, dafür benötigt man halt praktisch mehr Platz und eine neue Bühne. Und so muss dann halt, wie gesagt, der Autoscooter weichen, um dann halt diese Meet & Greets zukünftig dann halt auch durchführen zu können. Diese Bühne ist jetzt aber aktuell noch nicht fertig. Man spricht davon, dass aber im Sommer 2024 diese Bühne dann halt auch im Nickland oder beziehungsweise jetzt Nickelodeonland nutzbar ist. 2024 wird es natürlich auch wieder einige Special Events im Park geben. Das ist ja auch ein sehr großes Steckenpferd vom Movie Park Germany. Und so wird es in diesem Jahr natürlich auch wieder die Cheerleader Championships geben. Den Camera Day, da wo ihr praktisch ja den Park halt für euch habt, um Aufnahmen zu machen für Fotomodels oder halt auch für Videoaufnahmen. Dann gibt es halt auch wieder den Cosplay Day, den ich auch immer sehr, sehr feiere. Die US Car Show kommt auch wieder zurück. Und Spotlight Dein Auto im Rampenlicht. Das sind die Events, die es auf jeden Fall in diesem Jahr wieder geben wird. Schaut da auf jeden Fall mal auf der Movie Park Seite vorbei, wann dann genau diese Events terminiert werden. Außerdem natürlich eines der größten Events im Movie Park seit 26 Jahren. Halloween Horror Festival auch in diesem Jahr natürlich wieder am Start. An 24 Event Tagen wird das ganze Horror Festival und das ganze Horrorspektakel dann wieder über die Bühne laufen. Vom 28. September bis zum 10. November habt ihr dann an ausgewählten Tagen Zeit, euch richtig gruseln zu lassen. Und wie gesagt, in diesem Jahr die 26. Ausgabe schon des Halloween Horror Festivals. Und ja, ich glaube, das spricht für sich. Ich bin jetzt aber erstmal froh, dass wir jetzt erstmal in die Sommersaison starten. Ich möchte jetzt überhaupt noch gar nicht an den Winter und den Herbst denken, weil eigentlich, wenn Halloween Zeit ist, dann ist auch fast schon wieder die Season vorbei. Deswegen freue ich mich erstmal auf den Start in die Saison 2024. Aber einmal in die dunkle, kalte Jahreszeit müssen wir noch gucken. Denn ja, seit letztem Jahr gibt es im Movie Park ja eine Winteröffnung. Ihr erinnert euch vielleicht, ich war auch beim Presse-Event, da gibt es hier Videos von. Und das ist so gut angekommen bei den ganzen Besuchern, dass es das natürlich in diesem Jahr wiedergibt. Und das ganze Event gerade vor zwei Wochen bei der FKF-Convention auch ausgezeichnet worden ist mit einem Award. Auch wenn es erst gerade der Anfang von diesem neuen Event ist, konnte man sich da halt schon mit Preisen schmücken. Und im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, wird man da wahrscheinlich auch nochmal eine Schippe drauflegen, weil man hat es ja auch erstmal versucht. Und so gibt es natürlich auch in diesem Jahr wieder praktisch in der zweiten Season Movie Parks Hollywood Christmas. Und das natürlich in der Winterzeit mit sehr vielen bunten Lichtern. Man spricht da von über 700.000 Lichtern, die da verbaut werden und sehr viele Specials im Park. Und da bin ich auch gerade drauf gespannt, wie sich das Event dann halt weiter, ja, zukünftig dann ausbauen lässt. Was wir da dann 2024 im Winter dann noch Tolles erwarten können. Das ist es erstmal soweit von den Neuheiten im Movie Park. Aber ich hatte ja eingangs gesagt, wir blicken auch mal in das Jahr 2025. Denn für das Jahr 2025 ist wieder einiges geplant. Ihr kennt den Movie Park. Man ruht sich nicht aus, auch an Attraktionen, die es halt schon längere Zeit im Park halt gibt, die man halt aus dem Movie Park kennt. Die werden auch ab und an gerefresht. Und so ist es dann halt auch 2025. Denn The Lost Temple, die Attraktion, die vielleicht in den letzten Jahren nicht wirklich so oft geöffnet war und die man halt besuchen konnte, der geht es jetzt an den Kragen. Wer nicht weiß, was The Lost Temple ist. Das ist ein 4D-Simulator, wo man halt praktisch, ja, mit einem großen Gefährt in eine 360-Grad-Leinwand gefahren ist. Und da hat sich dann das Auto so bewegt zu einem Film und ist dann halt wieder praktisch dann zurückgefahren. Das möchte man komplett überarbeiten. Das heißt, The Lost Temple bekommt eine neue Storyline und das soll halt alles ins Gesamtbild, ja, des Movie Parks halt so passen. Dieser Hollywood-DNA soll halt auch Einzug in diesen Ride finden. Heißt praktisch das, was man halt auch mit der Studio-Tour unter anderem gemacht hat, dass man da halt wirklich, ja, das Thema Film nochmal in den Fokus gestellt hat und das sich jetzt auch komplett durch den ganzen Park ziehen soll. Da macht es jetzt bei Lost Temple auch nicht halt. Und das bekommt da jetzt auch natürlich Hollywood-Flair. Wie die Story aussieht am Ende, das wissen wir natürlich an dieser Stelle noch nicht. Da wird es wahrscheinlich weitere Videos hier auf dem Kanal zu geben. Und dafür auf jeden Fall abonnieren, ganz klar. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Man hat gesehen in den letzten Jahren, dass halt, ja, so ein Refresh-Attraktion gut tut. Egal, ob es jetzt, ja, die Studio-Tour ist, die ja praktisch eigentlich komplett neu gestaltet worden ist. Das war ja früher mal ein Dark Ride, aber halt auch die Stunt-Show, die wurde ja dann halt auch nochmal angepasst. So geht man jetzt halt den Weg weiter und da bin ich halt auch wirklich sehr gespannt, was dann halt mit The Lost Temple passiert. Es kann auf jeden Fall nur gut werden. Ich bin halt wirklich sehr, sehr gespannt auf das Ganze. Und weil man natürlich da für das Jahr 2025 an einer neuen, bestehenden, neuen Attraktion arbeitet, an diesem Refresh, ist es halt so, dass The Lost Temple auch in diesem Jahr schon nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt, alle, die halt in der letzten Zeit vielleicht noch The Lost Temple fahren konnten, Glückwunsch an dieser Stelle. Ihr seid dann wahrscheinlich einer der Letzten, die dann halt The Lost Temple auch in dieser Form dann halt fahren konnten. Ich bin es halt, glaube ich, wirklich vor Jahren das letzte Mal gefahren. Und ja, so kann ich nur aus der Ferne halt traurig winken und Bye-Bye sagen und ja, auf das Neue warten und sich freuen, was denn da halt passiert. Und wir werden uns diese ganzen Neuheiten natürlich auch in diesem Jahr angucken. Wann genau, kann ich noch nicht sagen, aber Meli und ich, wir werden auf jeden Fall am Start sein und werden für euch aus dem Park berichten. Und dafür definitiv das Abo dalassen, wenn es weitere Neuheiten gibt zu, ja, dem Refresh von The Lost Temple oder sonstigen Neuheiten aus dem Movie Park oder aber auch aus anderen Parks. Dann seid ihr hier genau richtig. Abonniert uns sehr gerne, um die Videos nicht zu verpassen. Ich würde sagen, ja, jetzt noch ein paar Mal schlafen und dann geht's los. Dann geht's wieder in den Movie Park und ich freue mich mit euch auf eine tolle Saison. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von den Neuheiten haltet, was ihr von dem Restaurant haltet und dem neuen Konzept. und ja, wo man euch eventuell auch zum Saisonstart überall antreffen werdet. Würde mich und Meli auch interessieren, deswegen, ja, einfach mal in die Kommentare eure Meinung schreiben und ich wird oder wir werden auf jeden Fall antworten und wir sehen uns ganz bald wieder. Hier bei einem neuen Video bei der Fanta Marina. Macht's gut und bis demnächst. Ciao. Gut, ciao.